hallo leute und herzlich willkommen zurück bei 4 3 hallo und fühlst es wieder laut ja ein wunder wo müssen wir denn lang aufs gepäckband ja wir verschicken dich jetzt ok wohin keine ahnung spanien oder so spanien ist ganz nice erstmal tür machen ich glaube da müssen wir sogar lang wir müssen hier lang hier ist ein hebel wo ist ein hebel ich habe umgelegt stehst du umgelegt höh ich hab Angst whisky 5 4 ja geh doch ich lass mich so dreine wenden whisky 5 4 ich hab da nicht drauf klar ja das band geht nicht schneller du kannst du gehen ich weiß warte mal hier ist wie immer ein dahin du bist so ein schlauer knecht alter hallo warum hast du mich gerade angeschossen weil da ein vieh war hinter dir an der wand naja komm hier schroten action hey so ein baggage car das ist ja das geht ja aus den andreas hier ist ein seelenband sorry seelenband kümmer dich um seelenband ok die haben ja sogar kleine auch egal ich würde gar nicht sagen ja penis haben sogar kleine penis die haben sogar klein erst logisch kommen hier weiter haus hier einfach weg und hier bist du um geht das ding hier nicht mehr okay ach so und die anderen konnten wir nicht so aufmachen logisch logo wo müssen wir denn lang immer geradeaus immer gerade aus das haben wir so lange nicht mehr gesehen das fliege und jetzt kommt das auf einmal müssen wir hier aus beziehungen schalter oder so zu aktivieren keine ahnung vielleicht ein bisschen geld abheben ich habe ja auch hier hier habe ich nicht gesehen mich ja auch nicht wir gehen alle dinge ja die haben spaß ich glaube er ist abgestürzt die hatten spaß auf jeden fall für so ein knoller was ich hoffe das ist nicht mein magen hier ist ein hubschrauber abgestürzt wie kommt das bloß ach ich stürze auch immer so was spaß guck mal da wo unsere mutter auf der gleiche was an ich weiß ich kann dir nicht helfen sieht aus wie aus left nicht left for dead space sieht aus wie aus dead space so ein vieh ja aber vier war zuerst da echt jetzt ja die vier triologie war glaube ich zuerst da also vier eins zwei und drei jetzt hat es mich oh dann muss das ja uralt sein ich kann dir helfen also naja so ein bisschen komisch ich kann aber auch nur draufballern was irgendwie nicht hilft jetzt habe ich so einen roten rand nee nicht schon wieder ich alter ich kann dir nicht helfen aber die hinsetz animation ist richtig gut wenn er dich fallen lässt der typ ja das haben die richtig gut gemacht time saving tips follow these tips will help reduce your weight es ist ein sehr guter erfuhr erringt hat's reading for inspektion ich bin durch die dinger gegangen put metal items in ihr habt ihr reinges und schuldscher das passiert auch nicht erfreut wird wir noch ihr laptop computer from its case hey da ist ja noch eins jetzt dauert es noch länger weil ich mich jetzt drehen muss man kann doch einfach her und helft mir bei den reisen bei jetzt Traitment-Tools. Ich mein's grad ernst. Wir kotzen gleich ab. Scissors of any kind. Das ist nicht mehr witzig, man. Das ist nicht mehr witzig. Das ist echt. Nicht. Wo müssen wir denn lang jetzt? Einfach geradeaus. Oh, da gibt's Waffen. Hey, das sind das Ozzis. Das sind Ozzis. Ich werd bekloppt. Da. 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 Oh. Was ist das hier? Hörst du mir eigentlich auch mal? Nö. Ich guck mir grad die Waffen hier an. Ja, toll. Anstatt einfach raufzuballern. Ach, du kommst doch klar. Du bist doch groß. Ich hab aber gleich keine Munition mehr, dann bin ich nicht mehr so groß. Ja, ich hatte eben da auch keinen, deswegen hab ich ja neue geholt. Arschloch. Du magst das eh nicht, also. Geh weg. Das explodiert hier grad so. Weiß ich nicht. Ach, guck mal, so ein Typ. Oh, der macht mich. Der wollt mich umarmen. Das sind zwei von den Typen. Komm hier, alles was wir haben. Drauf da, drauf da. Oh, ich fliege. Ach so, ich hab auch noch. Gehst du mir mal? Ich geh mal ein bisschen aus der Schuss fliege. Ach so, du bist. Ja, bleib stehen. Ich bleib hier schon. Baller drauf. Auwa. Warte, der eine ist tot, glaub ich. Ja, sind zwei grad bei dir. Auwa. Ich komm hier nicht aus der Ecke raus, Mann. What the fuck? Dann schießt du auf ihn. Ja, ich... Ich liege schon wieder, Mann. Ich komm einfach nicht aus der Ecke raus. Und ich hab einen der Decken. Ich bin der Decke. Ich bin der Dicke. Boah. Boah. Ich komm hier gar nicht durch. So groß bin ich. Los. Scheiße, jetzt muss ich den freiwillig aufgeben. Ist hier richtig? Ja. Ein anderer heute dran. Ich bin in den Regen, Alter. Jetzt nicht mehr. So weit genug unten. Sondere Spielerwagen. Nehmen wir den jetzt mit? Ja, eigentlich schon. Hm, den Gang gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Du könntest nicht auf dem Flughafen auch behitten. Hm. Äh, hallo. Hier lang, ne. Ah. Ich glaub, jetzt wird's ein bisschen laut. Wieso? Äh, hinter uns, hinter uns. Oh. Scheiß, ich, Mann. Ich guck dich, mach dir denn einfach durch. Guck dich, komm, komm rein. Komm, komm, komm. Runter. Bist du durch? Ja, ja. Ich kann's nicht runtermachen. Ich glaub, es muss einmal ganz hoch. Und dann können wir es jetzt runtermachen. Kann man es überhaupt runtermachen? Nehme ich mal an. Wir müssen ja einfach durch den Exit, Mann. Hier ist gesperrt. Nein, hier ist gesperrt. Schieß. Der Graf der Schmerzen. Alter, wie viele Gegner, Mann. Guck, jetzt kann man. Aufstieg. Kleiner Bruder. Viertel Explosionsabschlüsse. Ja, du kannst die Zeitlupe jetzt wieder ausmachen. Hab ich? Nicht. Ich hab seit zwei, drei Folgen keine Zeitlupe mehr angehabt. Okay, und wo kam das her? Keine Ahnung. Hier ist noch Munition für dich. Hier. Munition. Ja, brauch ich nicht. Erreiche die westliche Piste und von Beckett ab, bevor ihr evokiert werden kann. Okay, wir sind aber kurz davor, ne? Mhm, ich glaub auch. Komm weiter hier. Wollen wir noch Folgen vor, oder? Ja, komm mal. Aber ich glaub, die machen wir gleich sowieso automatisch. Dann machen wir jetzt, komm. Bis gleich, Leute, wir stehen jetzt wieder. Tschüss.